Zurück auf der Terrasse bei Cave Story Hau ab Na weg Weg Komm Danke Zurück bei der Terrasse In Cave Story So Plus Probieren wir es jetzt nochmal mit dem Bosskampf Mit dem ersten Misery Mal komm her Wow Nein Wo ist sie? Der Einzige Komm stirb Weg mit mir Ja Erfahrung Ja Oh oh Das nehmen wir mit Dann hier weg 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 Und wie viel Wie geht es mal Beat Ich habe die Epe. Epe, Epe. Ich bin hier Plata Misery. Oh, komm. Ich habe die Ab. Ich habe sie. Das war Misery. Und jetzt kommt es zum verrückten Doktor. Ja. Ich darf nicht die Abkürzung nehmen. Ach, schön, ich habe noch 3 HP. Ja, schön, ich kann mich hiermit auffüllen. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Habe ich irgendwas noch zum auffüllen? Feed up the rate of ammo recovery from the machine gun. Ja. Cool. Ähm. Dumpkey. Rusted. Alien Metal. Arms Barrier Clinic. Oh. Ups. Den soll eigentlich ausrüsten. Mann, Mann, Mann. Wir machen was am besten. Ja, komm. Ja, komm. Ja, laber nicht. Ja, schön, komm. Und rede, rede, rede. Komm, wir müssen steigen. Oh nein. Oh nein. Wir müssen jetzt immer an. Wo ist das los? Da ist er. Und weg, 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 weg. Nein. Er siegt. Ja, wir haben ihn. Jetzt kommt er in der Blusengestalt. Ja, komm. Weg. Weg mit dir. Ja, wir haben ihn. Bam. Mit Bluten und Elberblatt. So muss das sein. Das war der Endpost, oder? Den Doktor besiegt. Find ich gut. Und jetzt... Krieg ich irgendwo ja noch Energie. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Was? Auf diesen kann ich gehen? Tatsache. Hälte ein. Wieso liebt Misery noch? Bleibt von Kern weg. Und ihr wird nichts passieren. Hm. Okay, Robert, hast du doch ganz schön manchliche Emotionen. Du bist anders als die anderen, die hier waren vor Jahren. So. Denke mal, dass der neue König besiegt wurde. Genauso... würde ich sagen, machen wir einen Deal. Du kannst entweder mit der Insel untergehen, oder... alles vergessen... und alles hier verlassen. Wenn du... diesen Ort hier verlässt... werde ich sie am Leben lassen. Andererseits... Hä? Werde dich nicht entkommen lassen. Wer ist da? Ha, ha, ha. Hast du deine... hast du die Stimme deines Meisters vergessen? Hä? Die Macht des roten Kristalls ist... unbeschreiblich. Hab mich noch nie so lebendig gefühlt. Meine ganze Seele ist rein. Bin nur ein Supermensch. Unmöglich. Das ist falsch, Misery. Ist das zu gruselig? Äh... Wie hast du den Tod ausgetrickst? Verschwunden? Hier kann ich es nicht mehr zu helfen. Kleines... naives... Wesen. Genug. Ich brauch deinen Willen. Wenn du stirbst, werde ich dich wie eine Puppe benutzen. Fein! Ähm... Ich glaub, wir sollten gehen. Hä? Haha. Werde ich hier nicht leben, weglassen. Ich glaub, ich darf die nicht töten, oder? Boah, nein. Gibt mir Energie. Oh, oh. Energie, Energie. Okay. Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Ich brauche Lebensenergie. Jungs, ihr seid irgendwie im Weg. Was passiert denn eigentlich, wenn ich Misery besiege? Oder sie? Aber ich glaub, ich hab sie besiegt. Ich will alle hier besiegen. Oh, oh. Leben, leben. So. Leben. Well, come. Look up. Ich will hier. Boah. Das grinst da wieder so fies, ne? Oh, das gibt's nicht. Das ist ein Witz. Ah, ich geh jetzt erstmal nach hinten. So. Ja, und jetzt genauso. Nein. Nicht level down. Boah. Ich brauch EPs. So, und. Jawoll. Jawoll. Puh. War's das jetzt? Du hast den unterroten Kern zerstört. Helikopter. Los, lass uns gehen. Er ist voll aufgetankt. Wir können nicht mehr länger warten. Aha. Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier lebend wegkommen würden. Ich frage mich, ob die Kinder in Sicherheit sind oder nicht. Ähm, ein Erdbeben? Was ist mit dem Kern passiert? Oh, oh. Insel, sie kollabiert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Bereich kollabiert. Wir müssen raus. Na toll. Okay, das ist wieder volles Level. Muss ich lang. Muss ich da jetzt lang? Tatsache. Hier lang. Wenn du so lang brauchst, dann werden wir alle sterben. Oh, schön. Kann ich noch in das Haus rein? Es öffnet sich nicht. Nein, natürlich nicht. Oh, shit, 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 shit. Oh nein, das ist unser Ender. Wir müssen springen. Ich möchte nicht von den Steinen getötet werden. Kannst du was machen? Komm schon, spring für mich. Okay, ich bin einfach mal gesprungen. Insel, sie fällt in sich zusammen. Es ist gefährlich, so lange zu warten. Sie haben... ...fort zu verschwinden. Okay. Die haben wir mega. Und jetzt? Geht jetzt? Die Insel geht nur runter? Na toll. Dann kann man doch da hingehen und dann... ...alles ist in Ordnung. Wenn sie jetzt nur gelandet ist. War davon abgesehen. Kann ich mich bewegen? Nein. Will ich nicht, ne? Und tschüss. Oh. Katsuma hat uns gefangen. Wow. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr es schafft. Ihr habt den Kern zerstört. Und wir werden den Doktor auch kein zweites oder drittes Mal wiedersehen. Dank euch. Frieden ist zurückgekehrt. Lasst uns nach Hause gehen. Tja, liebe Leute. Das ist jetzt ein Ende, so wie ich das weiß. Oder das zweite Ende von... ...dem... ...Cave Story Plus. Es gibt da verschiedene Enden. Und... ...ja, wenn ihr selber herausfinden wollt, was es noch für andere Enden gibt. Dann, hey, Leute. Das Spiel kann man sich wirklich kaufen. Ja, es ist teuer. Es gibt es als... ...Cartridge-Version zu kaufen. In einigen Ländern. Bei uns in Deutschland ist es schwerer ranzukommen. Da wird es eher ein Import. Aber das Spiel ist auch nicht auf Deutsch. Auch mal jetzt nicht vergessen. Und ja. Ansonsten... ...der Preis... ...ist halt die Frage, ist es das Wert, dieser Preis. Und ich würde sagen, ja, das ist es wert. Einfach schon aus dem Grunde. Weil der Port auch eine nette Sache war. Die hat die Texturen und es werden ja auch noch Updates dafür kommen. So darf man das ja nicht vergessen. Und ich finde, dieses Comic-mäßige, wie sie es jetzt hier bringen, zum Schluss... ...das hätten sie auch im Spiel bringen können. Um die Story gegebenenfalls noch ein bisschen voranzutreiben. Aber gut. Es werden noch mehr Spiele von Nikalis kommen. Und ihr könnt definitiv davon ausgehen, dass ich die ganzen Spiele versuchen werde, für euch zu let's playen. Und ja. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung von euch. Für einige Tipps, einige Ratschläge. Denn ohne euch würde ich jetzt hier nicht sitzen und das Ganze aufnehmen. Und von daher... ...gebt egal welcher Daumen nach oben auch für euch. Ich sage an dieser Stelle, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.